Hallo und sauvadekappja, liebe YouTuber, wieder in Deutschland. Ja, Wetter ist also nicht so besonders, aber es geht. Ja, ist alles schon fertig zum Baden gehen. Heute war hier also in Heppenheim die Sonne schon ein bisschen. Aber, 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 das Wasser hat 20 Grad. Ja, das ist also nicht die beste Temperatur. Gabi war gestern schon drin. Mal ganz kurz werde ich dann zwischendurch noch einblenden. Ja, da geht's so schön. Ja, aber es ist zu kalt. Bei einer Temperatur von 18 Grad. Ist es zu kalt? Ja. Ja, die Udon-Ente, das Wahrzeichen für Udon. Schwimmt auch her. Die gelbe Ente, die man überall in Udon sieht. Ja, dunkle Wolken am Himmel. Da hinten wird's wieder hell. Ja, das ist Deutschland. Ja, und dann geht's jetzt mal weiter. Ich habe irgendwas bestellt im Internet. Und ich weiß, was es ist. Jetzt kam das Päckchen. Und damit möchte ich jetzt mal ein Unpacking machen. Ja, das machen ja immer noch bei richtig schönen Sachen. Ja, Unpacking. Elektronik. Hier, hier öffnen. Also, ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön großer Karton. So, und dann wollen wir mal gucken. Kleiner Blick. So, jetzt geht das Unpacking weiter. Hier öffnen. Ja, wollen wir mal gucken, was denn hier so drin ist. Ja, nochmal. Ich habe das Messer auch mal zur Hand genommen, um das hier zu öffnen. Ja, und jetzt kommt das Unpacking. Da, ein großer Karton. Eine große Rechnung. Ja. Und was ist denn hier drin? Ja, Leute. Guckt euch das an. Diese Batterie ist in diesem Karton. Ja, Wahnsinn, was da gemacht wird. Mit dieser Elektronikfirma. Eine Mini-Batterie. Eine große Rechnung. Und jetzt kommt der Betrag. Die Batterie kostet 1 Euro. Der Versand 2,95 Euro. Ja, was kostet denn der Karton? Ist das nicht eine Verschwendung? Ja. Ja, diese Batterie, die habe ich versucht, irgendwo zu kriegen. Also nur die kleine, kleineren Blick. Ich schalte. Da, dieses Teil da unten. Das ist die Batterie. Ja, das ist eine Batterie für den Türöffner von meiner Tiefgarage. Ja, nach 5 Jahren hat es, solange habe ich die Tiefgarage jetzt den Geist aufgegeben. Ja, da muss ich es ja mal auswechseln. Ja. Da kann man ja sagen, ist das Verschwendung. Ich habe ja schon viel gesehen. Aber, dass eine Batterie in so einem riesen Karton verschickt wird, habe ich noch nicht gesehen. Ja gut, für 2,95 Euro kann man also nicht sagen. Für den Versall kostet der Versand, aber der Karton kostet ja auch einiges. Ja, das war jetzt mal ein kurzes Video aus Deutschland. Mir gefällt sie gut. Es waren ja schon jetzt zwei Videos. Das ist das dritte. Ja, und das nächste Video wird, ja, morgen habe ich noch was vor. Aber es kommt ein Video über Transport, wenn ihr was zu verschicken habt nach Thailand. Ja, und das war es erstmal für heute. Unpacking von einer Batterie. Ja, und wenn euch die Videos gefallen, gebt mir ein Like. Abonniert den Kanal. Es kommen noch mehr Videos von Deutschland. Ich bin noch eine Zeit lang hier. Tschüss.